Ja, hallo, hier ist Christian Schneier, Partei-Koraktionsbotschaftsfroger und so weiter und so fort. Ja, heute haben wir mal wieder von einem Mann ein Dating-Video, der auf einer Party war und ja, versucht hat oder auch nicht versucht hat, Frauen anzusprechen, wie hat das so funktioniert. Machen wir ein bisschen Manöverkritik und meine Kurse findest du auf liebeschiff.de, auch die Dating-Kurse, speziell für Männer und für Frauen. Und wenn du meinen Kanal unterstützen willst, abgesehen davon, einfach mal abonnieren. Ansonsten werde ich mal die 40.000 vollkriegen, sonst Kanalmitgliedschaften unterstützen mich sehr oder ein Thanks, so ein super Thanks und wir gehen mal rein und kannst auch solche Fragen stellen über ein Formular auf liebeschiff.de. Hallo, lieber Christian, nachdem ich ein paar deiner Kurse gemacht habe und immer wieder reinschaue, versuche ich zu reflektieren und mit mir selbst auch hadere, beziehungsweise möchte einer vielleicht kleine, aber entscheidende Veränderungen vor mir überrichten. Ja, das ist, denke ich, wofür die Videos auch immer gut sind, dann, okay, ich habe jetzt die Kurse, wie nutze ich das, Feinplanung. So, durch die vielen Enttäuschungen in den letzten Jahren versuche ich immer wieder das Warum und was kann ich besser machen, bei Recherche im Internet und so weiter zu suchen. Dabei habe ich mir Elemente natürlich von deinen Kursen, aber auch von Red Pill und Alpha-Bewegung angehört und versucht zu reflektieren. Ja, ich glaube, wenn man so auf Red Pill steht, wird man bei mir nicht so richtig happy, obwohl es da, werde ich ja immer wieder auch gesagt, große Überschnitte gibt, aber es gibt energetisch große Unterschiede. Also ich feiere einfach Frauen viel mehr, als das die Red Piller tun, aber es gibt auch noch andere Unterschiede. Deswegen halte ich persönlich mein Material für überlegen und erzeugt meiner Ansicht nach bessere Ergebnisse, aber es ist nur meine Meinung, muss ich ja selber wissen. Vieles ist so klar und mir fällt nun vieles wie Schuppen von Augen. Nun die Geschichte, die eventuell zu deinem Dating-Kurs passt. Ich bin zwar überhaupt kein Partygänger, aber mangels Gelegenheiten und da ich mir schon immer wünsche, offline meine Frau kennenzulernen, gehe ich inzwischen wieder mehr raus. So war ich kürzlich auf einer öffentlichen Party, wo ich einige Sports vorne getroffen habe und mir ist sehr schnell eine Frau ins Auge gefallen, die echt hübsch war und absolut mein Beuteschema. Ich habe auch gleich gemerkt, dass sie mich auch gut findet und wir kamen schnell ins Gespräch, entdeckten viele Gemeinsamkeiten, wir sind am gleichen Tag geboren und so weiter. Auch ein Sportfreund von mir, der sie wohl besser kennt, hat sie als sehr lieb und tolle Frau bezeichnet. Schreibt sie in Klammern weit gefehlt. Sie war dann mit zunehmendem Abend, klar war auch Alkoholspül bei mir aber recht wenig, da ich Vollblutsportler bin, immer mehr flirty drauf und ich habe sehr stark gemerkt, dass sie sehr anspiegsam wurde. Also bis hierhin super gemacht, sehr gut. Und jetzt einfach durchziehen. Aber jetzt gehst du, das finde ich ganz interessant, eine andere Abzweigung. So, ich bin aber nicht der Typ, der beim ersten Kennenlernen gleich an die Wäsche geht. Beim zweiten oder dritten Date mache ich aber schon Nägel mit Köpfen, da ich eine erfüllende Beziehung suche und nicht wieder so ein toxisches, schnelles Supermin-Drama. Zudem meide ich Frauen, die so drauf sind, da sie nur Stress und Probleme machen. Trotzdem fühle ich mich natürlich schon nach ein Jahr Single-Dasein zu Frauen halt hingezogen, normal. Ich habe mich dann etwas zurückgezogen, mit anderen Frauen gequatscht, mit mir mal auf die Lette oder ein Getränk geholt, um nicht so needy und verfügbar zu wirken. Das ist genau, was ich meine. Jetzt lassen wir mal, lass mich mal, guck mir mal eingefallen, vergesst es mal für einen Moment mit toxischen Beziehungen her. Es ist immer so schwer, wenn man das beides zusammenpackt. Das ist jetzt meiner Ansicht nach für so ein typischer Red-Pill-Vorschlag. So ist, lass ich sie mal stehen und jetzt mache ich mal was anderes. Ich komme nicht needy rüber. Und du schießt dir der selber in den Fuß. Also das ist zum Beispiel nicht, was ich lehre. Also du hast jetzt verschiedene Sachen. Ich hätte jetzt on the spot ein Date gemacht, weitergemacht, jetzt hätte die Frau geküsst. so weit du kommst. Also und ich sage mal, am Ende noch mal was zu toxischen. Also das kann ich schon verstehen, dass man da vorsichtig ist. Aber lassen wir es einen Moment mal weg. Weitermachen, klar machen, Frau polarisieren, ja, gucken, wie gesagt, versuchen zu küssen. Also wenn sie die Zeichen macht, aber sie scheinen ja da zu sein und da enden lassen, wo es endet. Fertig. Das macht die Dinge nicht so kompliziert, sage ich immer wieder. Und wenn sie im Bett enden, dann enden sie im Bett. Es gibt ganz viele tolle Frauen, die mit dir beim ersten Mal schlafen. also das ist, oder ist ja auch egal, wo es endet, aber dass du dieses Date zu Ende bringst, was du anstatt hier machst, ist, dass du das abbricht. Das ist so eine richtige Red-Pill-Geschichte. Oh, ich bin jetzt zu needy und jetzt, jetzt rede ich mal mit meinen Freunden. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Weil sie denkt jetzt, so interessiert sich nicht für sie, so, ne. So, mein Plan, bin immer mal wieder von hier hin und weg. Ja, jetzt fühlst du so heiß-kalt und so, ist auch nicht, was ich sage, ne. Aber was die Red-Pillar, glaube ich, sagen, meine ich zumindest. Aber wenn wir wieder viele kommentieren hier drunter. ich bin da kein Freund worden, sage ich ganz ehrlich. So, meiner Ansicht nach macht er das als Mann auch leicht, ein bisschen toxisch und ich lehne das ab. Und das sage ich ganz klar. So, kam wieder zurück. Da stand sie mit einem anderen Typen und flirtete sehr körperintensiv mit zarten Küssen etc. 15 Minuten. So, nun habe ich Rot gesehen bzw. Red-Pill gespürt, habe mir das Spielchen in drei Minuten angesehen, bin so eher hin. Der Typ war etwas von Pferden, habe mir ruhig und klar gesagt, was ich davon halte. Ja, das ist alles nicht, was ich sage. Ich weiß, das ist das, was sie bleibt böse macht. Also, ich würde auch sagen, das Ding ist jetzt durch für den Abend mit der Frau. Aber warum? Weil du weggegangen bist. Das kannst du dir natürlich vorwerfen. Jetzt macht sie das mit jemand anders. Aber hallo, ihr kanntet euch gar nicht. Ihr habt euch gerade kennengelernt. Sie denkt jetzt vielleicht, ah toll, ich fand den gut und jetzt hat man seinen Kumpels, dann hole ich mir den nächsten. So ist das, weil du sie nicht polarisiert hast, weil du sie nicht besetzt hast, weil du sie nicht weitergemacht hast, weil du nicht mal mit ihr rausgegangen hast, hat gesagt, wir gehen mal raus. All die Sachen, kommst du jetzt in so einen Drama rein. Das ist meiner Ansicht nach genau, was bei Red Pill eigentlich passiert. Und jetzt riechst du dich auf, weil sie, ja, und es gibt keinen Grund, sich hier aufzuregen. Das ist nicht calm, cool, collected, weil ihr seid nicht zusammen, du bist weggegangen, jetzt hat sie jemand anders, fertig. Also es kann passieren und jetzt kann man natürlich viel daraus machen, was der Red Pill immer gerne macht. Alle Frauen sind so schlecht und was weiß ich was, aber das könnte ja als Mann genauso passieren. Du mal versuchst, jemanden klar zu machen, die Frau geht weg, du hakst es ab, machst eine andere Frau an. Das ist meiner Ansicht nach alles keine Wertung und jetzt, anstatt dass du es einfach akzeptierst, ist jetzt dein Ego vielleicht getriggert und machst jetzt hier, weiß ich nicht, das ist nicht deine Frau irgendwie, ne? Also das ist genau der Unterschied zwischen Red Pill und meiner Arbeit, so sag ich ganz klar. Aber ihr entscheidet, ne? Ihr von euch entscheidet und aber ich finde Red Pill, wenn sie überhaupt klare Ratschläge produzieren, was mal mehr, mal weniger der Fall ist, ist das meiner Ansicht nach, führt das eher dazu, dass man sich als Mann toxisch benimmt, als dass das so optimal ist. Man hat sicherlich auch gute Ergebnisse, weil vieles richtig ist, muss ich ganz klar sagen, aber es ist so viele gute Zutaten, aber das Gesamtrezept, finde ich, passt dann doch nicht so. Meine Meinung, ich habe mir natürlich wieder viele böse Kommentare hier einhandelt, aber da müssen wir ja alle mit leben, ne? Muss ich auch mit leben. So. Ich habe ihr gesagt, was ich davon halte, sie hat dann versucht zu beschwichtigen, es soll keinen Stress machen und sie würde ja nicht mehr gerne, ey, sorry, finde ich, hat sie absolut recht und jetzt bist du der creepy Typ, der, ich würde das alles nicht machen, ey, immer cool bleiben, erste Pflicht als Mann, cool bleiben, du lässt sie nicht außer Ruhe bringen, klar, wenn es deine Freundin wäre, wäre es natürlich eine ganz andere Sache, aber ey, ihr seid auf einer Party und du hast sie von der Angel gelassen, das ist genau, was ich meine, so, ne? So, ich bleibe dann ruhig, ich habe ihr gesagt, dass ich auch solche Frauen überhaupt nicht stehe, du machst einen Riesendrama, ne? Lass die Frauen zu dir kommen, sage ich immer und dann date sie und wenn eine Frau dann zwischendurch auf andere Männer steht, dann ist das so, solange ihr nicht committed seid, gibt es, ist das alles kein Problem und du bist einfach so geil und interessant, dass die Frau immer mehr zu dir will und dann will sie irgendwann mit dir exklusiv sein, so, das ist der Plan, so, auch von meinem Kurs. Wie gesagt, über Toxic reden wir gleich nochmal. In dem Alter noch versuchen, der Männer in die Köpfe zu verdrehen, ja, das versuchst du doch auch und du, du unterstellst ihr jetzt, dass sie mit jedem rummacht und aber das, erst mal, darf eine Frau das genauso wie ein Mann auf einer Party, wenn man Single ist und wie gesagt, du hast sie nicht klar gemacht so und es kann natürlich sein, dass sie, vielleicht ist sie, ich sage ja immer, erste Bürgerpflicht für eine Frau oder erste oder wichtigste Eigenschaft ist Loyalität für einen Mann, aber ihr seid nicht in einer Beziehung, da muss sie auch nicht loyal sein und vielleicht ist sie in sich nicht loyal, aber das wissen wir ja alles noch nicht und ich würde immer sagen, immer soweit, wenn du mit einer Frau so zugange bist, weitermachen, 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 soweit du kommst und wenn ein Ende da ist, dann ist es ein Ende und dann tauschst du die Telefonnummern und dann geht es beim nächsten Date weiter, aber man muss hier kein Date machen, weil ihr seid ja quasi auf dem Date, so und dann guckst du, wie weit es geht und jetzt hast du jemand anders da, hast du jemand anders gelassen, vielleicht ist sie trotzdem schwierig und nicht loyal, aber das kann man hier alles noch gar nicht wissen, weil du bist von ihr weggegangen, bin dann nach Hause, klar war wieder frustriert, aber vor einigen Jahren hab ich dann auch ganz anders reagiert, viel mehr abwartend und mich mit dem anderen Tüten auf einen Bettel eingelassen, im Nachhinein war ich stolz noch etwas erleichtert, dass mir das Universum schon so früh gezeigt hat, wer dieser Mensch ist. Ja, also da kann ich jetzt mal nicht so, also es kann man, es kann man auch ganz anders sein, könnt ihr mal sagen, wie ihr das seht, natürlich sollte man sich nicht mit dem Typen auf ein Bettel einlassen, also in dem Moment, wo jemand anders dran ist, würde ich sie natürlich auch, also in dem Punkt, würde ich sie auch stehen lassen, wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber würde dann sagen, hey, ist so, nächste Game, wo ist die nächste Frau und damit nimmst du eben auch jemand anders kennen, fertig, ne, und das ist kein Battle, weil wenn du so ein wirkliches Alpha-Mindset hast, dann bist du sowieso der geilste Typ auf Frauen, das merken wir aber nicht, ist dann nicht mehr dein Problem, weil du lebst dein Leben so, ne, und, aber gut, wir wissen, ich weiß nicht, keiner weiß, wie diese Frau wirklich ist, aber sie hat ja nichts falsch gemacht, es geht auch gar nicht mit falsch, du hast jetzt auch nichts, na, ich finde schon, ich hätte es nicht gemacht, ich wäre dran geblieben und das ist meine Ansicht, ach, mich riecht das immer so aus, so ein typischer Red Pill, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich vorschlagen war, es gibt ja irgendwie so ein Buch, wo drinsteht, was man genau machen soll, weiß ich nicht, aber dieses, so, jetzt gehe ich mal weg, jetzt mache ich jetzt so ein High-Scalting, sie könnte genauso gut sagen, ey, was, sorry, wieder so ein High-Scal-Typen kennengelernt, da habe ich mir halt jemand anders geholt, ne, also ich kann, das ist genau der Grund, warum ich so viel Sympathien, wie ich Red Pill auch habe und das auch wirklich, ich verstehe es wirklich, kann deren Vorgehen oft nicht empfehlen, sorry, ich muss das einfach sagen, ne, ähm, ich weiß auch nicht, ob diese Mischung so gut ist, aber man muss ja selber wissen, ich finde es auch richtig, sich an unterschiedlichen Stellen zu informieren und man macht das, was am besten funktioniert, ne, so, glaub, ich habe nicht viele Gelegenheiten und lerne Frauen offline sehr selten kennen, aber hier hat mir das Universum wieder getestet, bin früher oft auch solche Frauen reingefallen, indem er die Dopamindroge hingehalten und ich habe nein gesagt, was meinst du, soll ich das, also etwas kühl und unverfügbar weitermachen, ne, sehe ich nicht, so ist auch nicht, was in meinem Datingkurs entsteht, schon ein nice geiles Leben, dass du so ein bisschen detacheden Vibe hast, du machst dein Ding, äh, du bist gar nicht so addicted zu Beziehungen, das ist auch wieder das Gleiche, wie wenn man aus toxischen Beziehungen kommt, also man, mehr nice geiles Leben, unabhängig machen von Beziehungen, aber wenn eine Frau, wenn du eine Frau gut findest und sie findet dich gut, dann bist du bumm, bist du da, ne, und ich sage überhaupt nicht heiß und kalt Spielchen spielen und auf Kühlung unverfügbar machen, das, das ist genau, was Red Pill sagt und was Männer toxisch macht, das ist meine Meinung, und würde ich nicht machen, sondern du bist dann da und du klärst die Frau so, ne, so jetzt hast du vielleicht in der Vergangenheit heiß, kalt Frauen kennengelernt, vielleicht bist du so auf meine Arbeit gekommen, möchtest sie nicht wieder kennenlernen, so ich kenne die Frau jetzt nicht, ähm, meiner Ansicht nach kann man das an dem Punkt jetzt nicht, also du schließt es glaube ich daraus, dass das so eine ist, das kann gut sein und vielleicht ist es dann auch letzten Endes, wie gesagt, wir müssen das immer trennen, weil das so unterschiedliche Bereiche sind, ne, vielleicht ist es aus diesem Aspekt, wenn du sagst, boah, das hat sich angefühlt wie mein altes Beuteschema, dann ist es vielleicht richtig, ich versuche es hier mal zu trennen, ich hoffe, ich kann mich hier verständlich machen, dann ist aus dieser Sicht vielleicht richtig, dass du sie nicht gedatet hast, vielleicht hast du es gespürt und, oh, das wird wieder genauso werden und, äh, das ist mein altes Beuteschema und gut, dass ich das nicht gemacht habe, dann ist, hast du alles richtig gemacht, ne, rein, wenn man jetzt mal jemanden nimmt, der kein Thema hat mit toxischen Beziehungen, ähm, rein von einer, von einer Datingpsychologie her hätte ich das nicht so gemacht, selbst wenn ich aus toxischen Beziehungen komme, hätte ich gesagt, okay, warten wir mal ab, weil, warten wir mal ab, bis ich wirklich mit ihr, äh, eins zu eins bin und wir ein, zwei, drei Dates hatten, dann gucken wir mal, ob, ähm, ob sie wirklich heißkalt ist, ob das wirklich das alte Beute Beuteschema ist, aber, das hätte ich jetzt nicht liegen gelassen, diese Chance, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, und wenn du dann wirklich präsent bist und bist da, das ist meiner Ansicht nach eine positive männliche Polarität, ne, klar, du bist da, du bist trotzdem laid back oder du bist da und sagst, hey, ich finde dich auch cool, lass uns weitermachen, lass mal sehen, wo der Abend hinführt und sie dann trotzdem, äh, während du eigentlich voll präsent bist und sie polarisierst und wenn sie dann trotzdem mit anderen Männern und du dich dann zurückziehst, ja, da wäre ich voll bei dir so, ne, aber wie gesagt, nur du warst in der Situation, nur du hast diesen Vibe gespürt, vielleicht, wie gesagt, das ist einfach nur aus der Ferne ein paar Gedanken dazu, ne, äh, ein paar Tage davor hätte ich, hatte ich mir eine Frau, die ich online kennengelernt habe, nach dem ersten Zeit gesagt, sie hätte noch einen weiteren Bewerber und sie kommen auf mich zu, ich habe dann das Brauch, das bräuchte sie dann nicht mehr, da ich mir sicher nicht auf das Rest des Reservebänkchen setzen lasse, sie möge sich auf den anderen konzentrieren, also ist ehrlich gesagt wieder das Gleiche, hätte ich nicht gemacht, ihr seid nicht, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das anders, ihr seid nicht exklusiv und ich würde sagen, hey, äh, ich würde das auch gar nicht als Battle sehen, ich würde sagen, ja, okay, erst mal einen anderen Bewerber und wenn du Lust hast, mich zu daten, date mich, und wenn du einen anderen, lass die Frauen frei, lass die Frauen in Freiheit zu dir kommen und, äh, und wenn sie nicht exklusiv ist, brauchst du auch nicht exklusiv sein, so, ne, kannst du sagen, hier, überhaupt kein Problem, äh, wann das, sag mir, wann du Zeit hast, äh, dann machen wir ein Date und in der Zwischenzeit lerne ich auch, ich hab auch noch hier, ich geh auf eine Party morgen und lerne ich bestimmt auch eine geile Frau kennen und kannst völlig frei sein und kannst, äh, die Frauen daten, bis sich dann was, ähm, Festes ergibt, irgendwie gibt, aber lass die Frauen in Freiheit zu dir kommen und sei nicht immer gleich beleidigt, also, das, 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 da muss man online mit leben, vielleicht hast du auch mal zwei, drei am Start und willst nicht, dass die Frau dann gleich beleidigt ist, ne, Wahnsinn, was sich diese Frauenwild inzwischen einbildet, ist ein absolut brutaler Markt und ich werde von meinen Standards für eine erfüllende, harmonische, zärtliche, treue Beziehung nicht abgehen, ja, aber es gibt drei Bereiche, es gibt Pick-up, Dating, Beziehung, das sind drei ganz unterschiedliche Mindsets, ne, das sind ganz unterschiedliche Skillsets, das habe ich in meinem neuen Buch auch nochmal geschrieben, du redest jetzt hier von Standards für eine Beziehung, aber du musst die Frau erstmal aufpicken und daten und dann kannst du mit ihr eine treue, äh, zärtlich, harmonische Beziehung haben und dann muss die Frau erstmal in Freiheit auf dir zukommen und sich in Freiheit zu dir committen und die kannst du nicht gleich runternageln und sagen, du musst jetzt von Punkt eins, wo ich mich für dich interessiere, musst du ja komplett, äh, das ist auch wieder so ein, ich lass mich doch nicht auf der Nase rum tanzen, äh, hast du das schon mal bei James Bond gesehen, dass der sich aufregt, wenn eine Frau oder irgendjemand anders anflirtet, ne, weil er denkt, ich hab eh genug, ist eh genug für mich da, ich lebe eh in einem Überfluss-Mindset und die werden eh alle zu mir kommen zum richtigen Zeitpunkt und dann bin ich da, ne, meine Meinung, danke für die tolle Mail und, ähm, kannst ja mal gucken, was du damit machst und, äh, viele Grüße nach Timbukdestan, tschau, ihr lieben. dein Stoß www.wDR.com Untertitelung des ZDF, 2020